willkommen zu einem weiteren random steam game heute spielen wir supermustache also auf deutsch superbart und ja ist ein 2d plattformer und mehr weiß ich darüber nicht ich weiß nur dass die gar nicht sehr interessant aussah sollte nicht so lange gehen ein zwei stunden vielleicht mal gucken ob ich daraus mehrere folgen mache ja wohl wir gucken erst mal wie es ist ich würde sagen wir gehen wir mal blind in dieses spiel rein und das scheint ein level select zu sein mit 16 level wenn ich richtig zählen kann oder wie wie selekte ich das noch möchte darauf klicken okay das jahr ist 2040 smart robot named cloud okay but the robot miss duty captures evenness in a short time declares his kingdom uranus raises an army from its creatures and allows nothing from earth to uranus captain supermaster just the only person to solve this was genau passiert ist konnte ich alles lesen aber egal he sets out to end gladius rain ok also wir sind der supermustache wir kämpfen gegen gladius in dem weltall und ja hier sieht man auch schon oh gott ich kann nicht mit steuerkreuz spielen ehrlich in 2d plattformen ohne steuerkreuz oder gut ich kann dashen nein 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 steuerung ist komplett falsch soll jetzt ist es etwas besser oder spiel mit tastatur und maus oder das problem ist z x und c es ist die steuerre wie spiel ich das ich glaube ich spiel erst mal mit controller ich gucke erst mal wie das so wird kann ich nicht dashen ich könnte auch für den bergern ich kann nur da ich mich am boden bin ok einfach der mario sound einfach geklaut breakable boxes x2 fire ok 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 es ist sehr mario like von der grafik und äh nicht von der grafik von den elementen her bullet count sehe ich oben links ah ja ok einfach der mario sound eieieiei ob das in ordnung ist weil das spiel ist kostenlos können das alles spielen wenn ihr möchtet hey ich bin's mike vom editing ich habe gesagt das spiel ist kostenlos ist aber nicht ganz richtig das spiel kostet jetzt im moment 1 euro 69 opfer nice aber ich weiß aber nicht ob ich das spiel damals geschenkt bekommen habe oder ob das spiel damals billiger war oder so ich hatte die erinnerung dass es kostenlos war aber wenn ihr es jetzt spielen wollt müsst ihr dafür ein bisschen was ausgeben für aber wir treffen muss aber noch ein bisschen mit die steuerung reinkommen ich bin das jemand ich spiele normalerweise 2d plattformer mit einem mit dem steuerkreuz und das ist dann halt komisch wenn man das mit einem stick spielen muss okay das war interessant hier hier slidet man so ein bisschen hoch aber wenn man noch schneller hochsliden möchte dann spielt man auf der anderen seite ähnlich wie ein walljump aber noch ein bisschen anders hier auch ah ich kann in die wand hochklettern ja okay ich weiß nicht wo es lang geht ich habe das gefühl dass es hier aufgebaut wie das tonic level so 20 verschiedene wege was ich war da oben let's go ok ok das war der 1 wunderbar ich habe bestimmt ganz viel verpasst aber egal ich kann das richtig nur mit maus auswählen komisch ok und weiter geht's ups ich wollte nicht schießen nicht so gut ich brauch die muni bestimmt wofür bräuchten das ganze geld eigentlich da war ich schon runter oder ja da fand ich nur runter ach so ich muss den hier mitnehmen ok wir gehen aber wieder zurück kommt nicht ganz mit push or pull the boxes ok oh gott ist alles sehr basic gemacht worden das fühlt sich schon fast an wie so eine tech demo er aber ich will mal nicht touchen ich will mal nicht touchen da sterbe ich bestimmt oder so ein bisschen komisch aus aber ja ich bin da gestorben ich habe mich gesauft lockt dein ernst war gar nichts auflocken was ich muss da draufklicken jetzt kann das sound wo ist das auch noch mal war doch von steam oder war das von was anderes aber den sound kann ich auf jeden fall von irgendwoher oh gott das hier versteht einfach überhaupt nicht jetzt hab ich wieder gesauft lockt das muss ich wieder killen i don't get it soll es aber hier stehen lassen die hoch ich glaube ja ist es weg ok dann soll ich das stehen lassen ja das sagt mir das spiel nicht warum geht das überhaupt dass ich dann einfach ja egal Leute da schreibt euch jemand Wollte ich mal antworten dumm 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 piu was ist jetzt passiert also unten piu indian die ich habe mich das genug getroffen trug nein oh wow bin fast tot genau gar nicht ey soll ich denn da hochkommen ach nö ach nee oder und da spielt natürlich ein livesystem ein bot of course ich mein guck mal da ist ein pfeil ich dachte ich schiebe das hier nach unten und dann kann ich ganz schnell Keine Ahnung, dann kann ich ganz schnell noch runter huschen, während das so runter fällt So, dann geht die Laser kurz weg und dann kann ich ganz schnell da neben runter huschen Ach, den kann ich hier hinschieben Schau dir einer an Wurde aber alles bedacht natürlich Komplett alles Natürlich Exit, komm nicht durch Warum sieht der Schlüssel aus wie so eine Open Der Schlüssel hat irgendwie so ein komisches Gesicht, weiß ich Okay, nächstes Level Ich weiß nicht, was ich für ein Spiel halten soll Das ist halt sehr trashig, ne Das ist halt sehr trashig So, mal so ein vertikales Level Hab ich Bock Wild Jumps for the win Geht er gleich stehen? Oh, das ist ein Checkpoint, glaub ich Oh, Muni Muni ist natürlich immer wichtig und immer ganz gut Ist das ein Gegner? Oh, das ist ein Gegner Ah, es kommt Speedrun, let's go Speedrun Aua Hey, auf Unfair Was ist denn hier? Neue Gun? Ich weiß nicht, was gerade abgeht Ich bin mal fast tot, ne Ah, ja Okay Boing, boing Und da ist ein Schlüssel, hab ich den verpasst? Ja, das ist auf jeden Fall das Exit Ich weiß nicht, ob ich von hier aus da hinkomme, den Schlüssel Ja, doch, komm ich Von den Elementen her Erinnere mich das so ein bisschen an Minighost Minighost hat auch solche Gegner und Elemente alles gehabt Ich weiß, niemand kennt von euch Minighost, aber Das ist ein Spiel, was ich sehr cool finde Das sind halt auch so ähnliche Enemy-Types und Fallen und alles Crouch Was soll ich da crouchen hier in dem Moment? Ah Ja, uh Und du? Ja, wow Hä? Und jetzt? Oder kann ich jetzt noch was aufmachen? Ne, was mach ich denn jetzt? Bin ich jetzt softlocked oder was? Hä? Ihr habt das Gefühl, ich bin softlocked Äh Äh Ja Äh 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 Ähm Ja, Freunde, das war auf jeden Fall Äh Super Mustache Wenn ich auf Risa drücke, bin ich ja ganz am Anfang Äh Will ich das ganze Level neu machen? Ich mein, bis er hat mir das Spiel nicht wirklich gefallen Oh Gott, ah Oh Gott Oh Gott Ja Ich den destroyed up Ja, aber meint Huh, was war das denn für ein Geräusch? Was denn da hat passiert? Okay Dann let's go Egal, einfach alles skippen Runter damit Oh nein Okay Okay Ich halte die sind sehr komisch Und jetzt? Jetzt bin ich ja trotzdem stuck Ich hätte hier hochjumpen können Eieieiei Okay Vielleicht war das auch mein Fehler Vielleicht war ich doch nicht softlocked Das gebe ich zu Vielleicht war das auch einfach mein Fehler Okay Machen wir weiter Kränke Musik Und ausweichen Das ist definitiv schon von allen Leveln bis an das Beste Weil so präzise Plattformer finde ich schon viel interessanter als das, was wir gerade gesehen haben Wer baut schon Power-Ups Ich brauch gar nichts hier Ich meine, es gibt hier sowieso kaum irgendwelche interessanten Power-Ups erst mal Na, wo sind sie schlagen? Ist ihr recht nicht? Also hier ist ein Jackpoint So falsch ist das hier nicht Denk ich Ah, cool Cool Oh Oh mein Gott Was zum Teufel geht hier ab Das hört sich richtig an wie so ein Vario-Land-Sound-Effekt So ein Vario-Land-4-Sound-Effekt Das hört sich das an Was zum Okay Ah, dann geht es nicht mal lang Was war ich denn hier überhaupt? Den mitziehen Damit ich hier überhaupt hoch kann Ja, I guess Muss ja so sein Ja, und dann Uah Uah Ne, 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 auch mit Was dann loslässt Guck mal, jetzt ist das Problem Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da jetzt hoch? Kann ich hier walljumpen? Ah, guck mal hier Ich träg's das Spiel einfach aus Ah, 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 oh mein Gott Ich bin fast tot Das ist ein schlechter Oh, blindjump Wunderbar, level 5 Okay, was gibt's denn? Warum stehst du einfach so schnell? Vorhin hast du nicht so schnell geschossen Ja, wieso kann ich auf dem Schochen stehen? Ja, ha Das geht ja Ja, ich kann halt in der Luft nicht dashen Das ist halt Warum gibt's denn Dash Wenn du in der Luft nicht einsetzen kannst Okay Okay Ich hab genug gesehen Ich hab genug Ich hab genug gesehen Guck mal Ich hab genug gesehen Bis zum nächsten Mal.